Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass ihr hier seid zu unserem Online-Studien-Informationstag. Wir versuchen heute hier in diesem etwas ungewöhnlichen Format euch die Hochschule, ihre Studiengänge ein bisschen vorzustellen. Dazu haben wir ein Podium eingerichtet, wo ihr zu den Rahmenbedingungen des Studiums und was wir tun, damit ihr hier an der Hochschule erfolgreich studieren könnt, etwas findet. Zusätzlich gibt es Chats, in denen die einzelnen Studienfelder vorgestellt werden. Und wir haben eine Galerie mit Videos und Fotos, die euch zeigen sollen, wie es in und an der Hochschule aussieht. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, denn sicherlich werden wir viele Dinge nur kurz anreißen können hier heute, wendet ihr euch an die Studienberatung. Sie ist auch im Nachgang telefonisch, per Mail oder Videochat jederzeit für euch erreichbar, um eure Fragen mit euch zu klären. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann im Herbst hier vor Ort persönlich kennenlernen würden. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.